So, Servus beieinander, wir sind beim Spiel um Platz 3 hier in Eichenried beim Baupokal-Benzirk-Oberbayern-Final-Turnier. Spielt um Platz 3 die Spielvereinigung Unterhaching gegen SV Wackerburg-Hausen. Die Hachinger haben im Halbfinale gegen 60 verloren und wir hatten im Halbfinale FC Immolstadt, die mit 2 zu 0 gewonnen hatten. Spiel da, wird wieder 2x25 Minuten sein. Spiel. 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 Vielen Dank. 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 No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. Das ist wirklich schlimm bei... Das ist wirklich schlimm. 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 Das ist wirklich schlimm.